Hallo Leute und Herzen, Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe das Spiel auf Steam gesehen und es hat mich so an Harvest Moon erinnert und ich habe das Spiel früher noch so geliebt. Und dann habe ich ein paar Reviews gelesen und es klingt geil. Und jetzt spielen wir es. Und ich dachte ich teile das mit euch. Und ja, ich mache das Let's Play einfach etwas anders als die anderen. Aber auf das komme ich für dich nochmal zurück. Neues Spiel. Wir nennen uns wie immer Kuma. Unsere Form. Das habe ich schon in meinem alten Harvest Moon Spiel gemacht. Das nennt sich Komalala. Das ist mein Liebste Ding. Das ist mein Liebste. Das ist mein Liebste. Das ist mein Liebste. Wir sind männlich. Wir bleiben mal männlich. Was kann man da? Farbe auswählen für die Haut? Okay. Ich werde gerne... Oh shit so viel. Oh mein Gott so viele Auswahl. Also so viel Auswahl für die Farbe. Das ist mein Liebste. Das ist mein Liebste. Das ist mein Liebste. Das ist mein Liebste. Sehr schön. Nein, nicht wirklich. Strubelpeter. Strubelpeter wäre vielleicht nicht schlecht. Merken wir uns mal als 14. Das sieht aus wie eine Frau. Das auch. Das sind glaube ich alles Frauenhorschnitte. Was kann man für die Männer Frauenhorschnitte auswählen? Das sieht aus wie Leia. Jetzt ernsthaft. WTF? Oh geil. Why are you doing this? Okay. Wahrscheinlich bleibe ich tatsächlich bei allem beim Eiser. Schwarz. Schwarz ist schonmal gut. Platzwasser brauche ich nicht wirklich. Was ist das? Ist das wie eine Jacke oder so? Okay. Die Knochen. Interessant. Nooo. Uh. Herzli. So viel gutes Zeug gibt es jetzt nicht wirklich. Vielleicht die Lederjagd. Oh mein Gott. Also es gibt eine Menge Zeug. Nicht wirklich viel. Was ist das? Ist das irgendwie eine komische Gürtel? Sehr sehr merkwürdig. Okay. Mein Gott gibt es viele Zeug. Holy shit. Okay. Ein paar schwarze Sachen. Weit ausgeschnitten. Das ist nicht für mich. Das sieht aus wie irgendein Professor. Ein alter Professor. Das. WTF? Das sieht aus wie... Das sieht aus wie eine Brüste. Das sieht aus wie eine Brüste. Ich habe das Gefühl... Das sind glaube ich wieder Mädchenklamotten. Oder sieht das noch so aus? Oh. 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 Wir sind wieder am Anfang. Okay. Ich glaube ich nehme die Lederjacke. Was ist das hier? Nein. Deren hier. Ja. Ich sehe nicht schlecht aus. Ich bin nicht auch dabei. Accessoires. Ähm. Nein. Ja. Ich habe eine Brille. Ich sehe aber ein bisschen nerdig aus. Die sieht viel besser aus. WTF? Okay. Nein. So cool sind wir nicht. Halsband brauche ich auch nicht wirklich. Ich würde sagen. Bleiben wir einfach so, oder? Hosen kann man nicht ändern. Augenfarbe. Wenn er mich verarschen. Machen wir einen Herobrine. Äh. Moment. Also man kann die Augenfarbe verändern. Also. Man kann die Farbe von der Iris verändern. Aber nicht den Rest. Okay. Ähm. Schwarz. Nein. Zum Mainstream. Irgendwo das in der Mitte. Eh. Komm da vorne. Rot glühend. Mäh. Komm ich mache pink in die Augen. Oh man. Echt pink. Nein. Nicht wirklich. Grün. So ein dunkles Grün. So ein dunkles Grün. Der sieht doch nicht schlecht aus. Haarfarbe. Ja. Ich finde das könnte man so Lohra. Naja. Vielleicht kann ich es noch eine Hella machen. So die Sephiroth mässig. Augenfarbe machen. Schau mal. Schau mal. Ich hätte gerne nicht grüne. Sondern irgendwas sind richtig blond. Irgendwas ist blond ein. Das ist mehr grün. Oder? Oder? Ich meine irgendwo so. Irgendwo so. Irgendwo so. Irgendwo sollte die doch gelb sein. Bäh. Jetzt. Es ist nicht so einfach. Also von Fies nach. Gesieht das einigermassen blond aus. Ich glaube schon. Oder? Gesieht das gut aus. Ist die andere Frage. Machen wir es ein wenig dunkler? Ja. Das geht schon. Das geht schon. Und schwarze Hose. Hala. Vielleicht doch weisse Hose. Oder doch irgendwie so. Gewaltige Jeans. Schwierige Entscheidungen. Schwierige Entscheidungen. Schwierige Entscheidungen. Auf jeden Fall. Ah. Also ich glaube. Das lässt mich mal so. Nicht schlecht aus. Und auf jeden Fall. Katzen. Ich liebe Katzen. Katzen sind 10 mal besser als heute. Und für mich jedenfalls. Hallo Opa. Und für mich. Und für mich, very special. Grandson. Achem. Ich möchte euch, zu haben. Du solltest diese Envelope. No, no. Du kannst es nicht mehr. Du bist nicht mehr. Du wust nicht mehr. Du bist nur ein Kindl. There will come a day when you feel crushed by the burden of modern life And your bright spirit will fade before a growing emptiness When that happens my boy will be ready for this gift Now let grandpa rest A few years later Join us and thrive Joja? Smile you're with Joja Oh god terminated? What the f... Das sieht sehr angenehm aus, wirklich Ein Skelett Mein Gott Ja ich glaube der Zeitpunkt ist schon oben ja Ist sehr empty fühlt Ähm, muss ich jetzt irgendwie da so? Oh... Was passiert von Leipis? Temporary Ordner öffnung? Muss ich bewegung? 3 F... Pfff... Dear Kuma If you're reading this, you must be in dire need of a change The same thing happened to me long ago I'd lost sight of what mattered most in life Real connections of other people and nature So I dropped everything And moved to the place I truly belong I've enclosed a deed to that place My pride and joy Kumalala Farm It's located in Stardew Valley On the southern coast It's the perfect place to start your new life This Was my most precious gift of all Now It's yours I know You'll honor the family name My boy Good luck Love Grandpa P.S. If... If Louis is still alive Say hi to the old guy for me, will you? Come on Come on Come on Seht schonmal sehr viel anmächeliger aus als die Farm Start your valley Okay A halbi meile Ausvergeliebt Oh Hey Hello You must be Kuma Um Ja I am Robin The local carpenter Mayor Lewis Sent me here To fetch you and show you the way to your new home He's there right now Tidying things up for your arrival The farm side over here If you'll follow me Gander Gseht sympathischus Also Haben wir noch in den Zegel Oh Es juckt mir schon die Finger Oh This is Kumalala Farm Okay Haha Ahem Oh Oh What's the matter? Sure It's a bit overgrown But there's some good soil underneath that mess With a little dedication You'll have it clean up in no time And here we are At your new home And here we are At your new home Ah Ah The new farmer Welcome I'm Lewis Mayor of Pelican Town You know Everyone's been asking about you It's not every day that someone new moves in It's quite a big deal Sooo You're moving into your grandfather's old cottage It's a good house Very rustic Rustic I don't know I don't know Rustic? That's one way to put it Krusty might be a little more apt though Rude I like the game Don't listen to her Kuma She's just trying to make you What the fuck? Ah Dissatisfied So that you buy one of her house upgrades Anyway Must be tired from the long journey You should get some rest Tomorrow You ought to explore the town a bit And introduce yourself The townspeople would appreciate that I might do that Oh I almost forgot If you have anything to sell Just place it in this box here I'll come by during the night to collect it Well Good luck We had to make him a big deal No? Of our grandfather He didn't do it He didn't do it Let me tell you again Progress has been saved Nice Okay We're going to do it With VSD We're going with shift And check things with Right click A little bit And a coffee cup And a open Also bevor ich jetzt irgendwas mache, was ich mit dem Let's Play geplant habe ist, dass ich komplett durchspiele, nicht mehr Begrössung und Verabschiedung habe Und das macht es halt für mich einfacher, bei so einem Let's Play, wo halt die Flanke durch könnte, im Endeffekt Dass ich wirklich mal als Wille einfach spielen und dann das Zeug schneiden und hochladen, für euch Ich schaue, dass die Schnitte gut sind, meistens nicht, dass es einfach zu mitten im Wort abgehackt wird Aber ja, das ist ungefähr der Plan und das heisst, in 3-2 Minuten ungefähr ist die Folge wahrscheinlich fertig Aber ich werde da nicht verabschieden, sondern einfach weitermachen und in der nächsten Folge geht es dann nahtlos weiter So, dann könnt ihr auch das Zeug in einer Playlist schauen und es wird euch vorkommen wie ein Film Haha, ok, also Decorative Bowl Ok, ich meine jetzt Furniture Decorative Bowl Man könnte es irgendwo platzieren, super Also, uh, aha Führchen, cool Also ich meine, das brauchen wir jetzt gerade nicht, machen wir es wieder raus Was haben wir da? Fernseher Selection Weather Report Fortune Teller Living off the land Or leave Ich denke, das können wir uns später mal ansehen Die Pflanzen kann ich sicher auch aufnehmen? Ah, ich kann sie nochmal verschieben, ok? Dann können wir uns das Pack vielleicht mal ansehen Parsnip Seeds New Journal Entry You received fifteen Parsnip Seeds You received fifteen Parsnip Seeds Here's a little something to get you started Mayor Luis Ok Was mache ich damit? Vielleicht mal, ähm, eine Auswahl? Oder so? Also, wenn es auch nur ein bisschen ähnlich ist wie Harvest Moon damals, dann habe ich hier unten eine Scheife und kann einfach Gras schneiden. Nice. Und dann bekommt man halt so Gras. Was für ein Wunder. Was bist du? Es ist weg. Oh Gott, es gibt sogar Fett, also es gibt sogar tiefes Gras. Hoffentlich greift uns kein Pokémon an. Okay, also das ist schon mal ähnlich wie in Harvest Moon. Finde ich cool. Also, bevor ihr jetzt alle schreit, oh Harvest Moon Klon. Offenbar soll es sehr viel anderes Zeug auch noch haben. Ups, ich habe ja ein Samplein kaputt gemacht von dem Baum oder so. Sollen wir eigentlich zuerst das hier planten? Oder? Zuerst die Statue. Ich würde sagen, wir sind ein Farmer. Farmer Boy. Wir können zunächst einmal hier ein kleines Feld ausheben. Und dann ist das gut. Wie nach muss ich eigentlich das Zeug nehmen? Nicht so nach. Aber ich muss einfach mit dem Maus zielen. Okay. Dann haben wir hier Axe und Ho. Hohohoho. Dann müssen wir hier mal ein kleines Holz hacken. Hier nochmal ein kleines Holz hacken. Dann muss ich eigentlich auch fällen. Tatsache. Okay. Ich würde sagen, das reicht doch schon fast für ein Feld. Dann müssen wir da noch ein kleines Gras wegmachen. Und dann behauen wir das Feld mal. Ich muss einfach da so. Wie viele haben wir? 15. 15. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann. Ah, ich muss. Oh. Neiss. Ich muss mich nicht einmal bewegen. Also nicht einmal wirklich. So. Und dann. Nice. Und jetzt vielleicht noch Güsse. Okay. Ich muss mich auch nicht wirklich bewegen. Das ist sehr viel praktischer als in Harvest Moon. Weil halt. Da hat man halt eine Maus zur Verfügung. Ist jetzt halt einfach so. Okay. Haben wir da eine Map? Oh, wir haben tatsächlich eine Map. Okay. Ähm. Bus Stopp. Okay. Strasse nach irgendwo. Warte. How. Aha. Okay. Sobald ich irgendwo herklicke, werde ich einfach ins Inventar geworfen. Oh. Inzwischen. Und ich kann kein Inventar. Vielleicht bekommen wir ja in der Stadt einen Rucksack. Das wäre sehr praktisch. Oh. Oh. Man kann Sachen craften. Das finde ich jetzt schon richtig geil. Und Sachen collecten. Autorun. Interessant. 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 Skittles. Oh. Das wird noch. Oh. Das wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Sehr viel Zeit. Mal schauen. Ups. Nicht Güsse. Sonst doch nicht den Scheiss Posten geissen. Bus Stopp und Pelikan Town. Okay. Gehen wir nach Pelikan Town. Kann ich? Ah. Autorennen ist also schon drinnen. Ich hätte echt das sagen. Einfach joggen. Laufen. Schöner. Introductions. It would be a nice gesture to introduce yourself around town. Vor der Zungebrecher. Some people might be anxious to meet you. Meet the new farmer. Wir haben schon zwei vor 28 Leute begrösst. Getting started. If you want to become a farmer you have to start with the basics. Use your hoe to tile the soil. Then use a seed packet. Packet. Package. Package. Wahrscheinlich. Packet. 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 Package. Package hat es gegeben. Undertale sold a crop. Water every day until the crop is ready for harvest. Okay. Also wir haben quasi schon das gemacht. Und wissen gleich. Ich hätte jetzt erstmal... Kann ich echt? Moment. Irgendwenn nicht so. Es wäre ja auch lustig gewesen wenn ich das hätte können. Mal schauen. Leute. Ich bin der Neue. Wo sind die? Ja. Wenn ich die Energie schicken auch... Kann ich gehen. Okay. Holy shit. Big goose. Oh! You're not good enough friends with Emily to enter her bedroom I understand myself, but where is Emily? Super Fashion Girl magazine Ok...interessant...interessant Hallo! Ah! Mary-Louis told me you just arrived. I'm Marnie Sie sieht sehr gechillt aus I sell livestock and animal care projects at my ranch. You should swing by sometime Ok...hey! Stop that! Ja, ich würde auch komisch tun, wenn jemand mein Müll tun würde Ok, gehen wir mal in das Haus Wir können einfach in Häusern kommen, in die Schlafzimmer einfach nicht amerikanische Style oder so Oh! A Stranger! My name is Vincent! Warum klingt er wie so ein alter Redneck? Oh sorry Mama says not to talk to strangers, but you seem ok Ja, ich bin auch, ich seh ok aus Hallo Mama Jody Oh! Oh! You aren't exactly how I imagined, but that's ok I'm Jody Hello Jody Haben wir da nochmal öppet, wo wir noch nicht kennen? Ich meine nicht, oder? Kann man noch brief Report Card Name Vincent Reading C Spelling D Math C Social Studies B- Art B- Sport A Note Vincent is a good boy He could make do with A With A Little more studying Penny Penny Penney Haufen Heu Hey Hallo Ich kann ihn auch nicht schlafen mit meiner Mausrad ist erlaubt Nice Nehmen wir mal nichts in die Hand Hallo Mh Microwave Pizza Also mit dieser kann man nicht reden Ich sehe das richtig Aber vielleicht Ok Lol Was Wir haben Superpowers Wenn man lange genug rein kann man durch die Türe laufen Ok Ok why not Haben wir sonst noch irgendwas? Looks like someone was chopping vegetables But never finished Das ist wahrscheinlich nicht der Herr da wo ich mit uns reden will Oh ist das wieder sie Why are you looking for my trashcan? Ähm Einfach so Wenn ich es kann Oh Da ist jemand den wir nicht kennen Yes Jazz Oder Jazz Sag mal Jazz Hi Auch gut Muss ich keine Stimmen machen Je kürzer den Dialog desto besser Was haben wir da Wild Horse Radish Wild Horse Radish Ja ich weiß nicht die Pflanzen irgendwo bei uns mal rein Hello Haley is too involved with her camera to notice you Vielleicht kann man wieder ins Bild springen oder so Was passiert Was passiert wenn ich den Baum schüttle Nicht Kann ich das Ding fällen Ups Kann ich tatsächlich Wenn wir aber nicht haben Mit dir Mit dir Mit dir Mit dir Genau mit dir Also ich möchte mit euch Euch alle Man kann ziemlich viel von diesem Ding fällen und auch in Plantagen oder Whatever umwandeln Aber das habe ich ehrlich gesagt in meine Harvest Moon Tag nie gemacht Wo lädst du mich eigentlich hin? Irgendwo im Gaggo raus Da haben wir noch einen Wizard Tower Da haben wir noch einen Wald, wo das Rotkäppchen sich verirrt hat Da haben wir da Fisch Shop, okay Ja, wir sollten wieder zurück da hin Jetzt gehen wir wieder zurück Ist okay da Also vier Tage braucht Bis es Getreide Bis es Wieder gewachsen ist Wo ist sie? Sie ist weg Was ist das? Kann ich? Tatsache Was ist das? You found an artifact The curator of the local museum Might want to know about this This belongs into a museum Für jeden Wer die Referenz verstanden hat Good shot You found an ancient looking object Could it be some kind of artifact from long ago? Perhaps Günther 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 Wir sind da in englischsprachig Perhaps Günther Curator of the local museum Has the answer Visit Günther at the museum Okay We visitet the Günther Sobald man mal die It's locked Only Leas friends can enter and bite it Oder Leas friends I don't know Ich würde sagen Wir gehen mal irgendwo anders an Was passiert wenn ich das Ding Nicht Okay What the f- Coal Wood Stone Fiber Trash Trash Wer braucht Trash Kann ich das irgendwie Ähm Ich kann das Ding nicht werfen Ich sehe nicht das richtig Das hat doch aber gut Ähm Options Ähm 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 Oh Da könnte ich den Sound Liesligo stellen Falls ich es brachte Ambientracks only Blablabla Blablabla Ähm Access Ah da Controls Ähm Do action Right click Okay Use tool Left click Haben wir beides probiert Funktioniert nicht Ähm Run Inventory Okay Also ich kann das Ding nicht wegwerfen Ich kann nichts damit machen Vielleicht kann ich es hier geben Und ich kann es einfach noch nicht aus Hey Hey This is a pretty terrible gift Is... Gift Isn't it? Sorry Hello It's nice to meet you Es ist nur mehr Zeige You picked a good time to move here The spring is lovely Just like you So jetzt haben wir Was haben wir Clay Okay Das für mein sie Sachen wegwerfen können Vielleicht... Und ich habe es einfach noch nicht rausgefunden Aber... Ich finde man es sollte es können Das mit dem Du hast eine Und du hast einen en Du hast einen